Moinsen Freunde, ich bin Denosch. Ich seh zwar nicht mehr aus, aber ich bin der Hamster in seinen Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Aha, zieht euch rein. Moinsen Freunde, Denosch wieder für euch am Start. Ja, mit neuem Video und ich heiße euch herzlich willkommen. Ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr es geschafft habt, bei mir reinzuschauen. Und ihr seht schon, ein Emblem ist wieder am Stiesel. Diesmal kein One Piece oder Dragon Ball, sondern mal wieder was ganz anderes, sondern ein deutscher Rapper, Freunde. Am Stiesel hier und ich persönlich kannte ihn jetzt aus Juliens Block Battle und hab das da mal gesehen und ja, auf jeden Fall hat mir dann der Sven Schröder hier unter einem One Piece Emblem, war das glaube ich, ein Kommentar geschrieben. Und da hat er mir geschrieben, ey Denosch, könntest du vielleicht mal so ein Neo Emblem am Stiesel bringen und da ich mich an diesen Rapper erinnern konnte und an diese weiße Maske hatte ich sofort so ein Negativbild. Also jetzt nicht negativ, dass ich es schlecht finde, sondern so als Bild eine Idee, das Bild einfach als negativ rüber zu bringen, weil dann halt die Maske hat so schwarze Augen und die leuchten dann halt so weiß. So hatte ich es mir vorgestellt und ja, ich habe mich dran gesetzt, hat auch auf Anhieb geklappt, muss ich dazu sagen, Freunde. Also, okay, es hat ein bisschen gedauert, aber es hat auf Anhieb geklappt und ich war auch sehr, sehr zufrieden damit, sonst würdet ihr das jetzt auch hier nicht wieder sehen, Freunde. Weil ich zeige euch nur Sachen, die ich persönlich auch nicht schlecht finde, Freunde, beziehungsweise die mich selber überzeugen, wo ich mir sage, wow, wenn ich das jetzt suchen würde, das Emblem würde ich auch machen. Und, ähm, ob ich da immer richtig liege, gut, das müsst ihr im Endeffekt entscheiden und das sehe ich dann an den Kommentaren, ob es passt oder nicht, Freunde. Und für alle, die den Rapper jetzt nicht kennen, ich verlinke einfach mal unten den Kanal und, ähm, den JuliansBlog, kennt ihr wahrscheinlich auch, und JuliansBlogBetal, verlinke ich unten auch nochmal mit so einem Track von ihm. Und, ähm, da könnt ihr einfach mal selber, äh, entscheiden, ja, für alle, für die, äh, diese Musikrichtung, äh, nichts ist, Freunde, äh, tut es auch einfach ganz neutral, bewerten, Freunde, was ihr davon haltet und, äh, knallt mir da unten was in die Kommentare rein, Freunde. Und, ähm, ja, ihr seht halt, es gibt auch ab und zu mal was anderes, aber ihr müsst halt mitmachen, ihr müsst einfach Kommentare schreiben, Vorschläge machen und wie gesagt, wenn Vorschläge öfter kommen, ich werde das berücksichtigen, Freunde. Und, ähm, ja, aber ihr macht so viele Vorschläge, ich kann nicht alles auf einmal machen, Freunde, ich bin ja auch kein hauptberuflicher YouTuber, ich muss ja auch noch so ein bisschen was machen, Freunde. Und, ähm, ja, das macht das Ganze immer ein bisschen schwieriger und, äh, deswegen, Freunde, müsst ihr halt immer ein bisschen Geduld haben, aber wie gesagt, wenn dann halt solche Ideen kommen, wo ich direkt Bock drauf habe, das heißt nicht, dass eure anderen Ideen schlecht sind, aber es gibt halt so Sachen, da sagt dir jemand was und schon hast du irgendwie eine Idee, wie du es umsetzen könntest. Und, ähm, das ist natürlich klar, dass ich das dann bevorzuge und dann knall ich das einfach rein und wie gesagt, ähm, haut mir weiter unten Kommentare rein, ich bin eigentlich für alles offen und, ähm, auch für neue Projekte, Freunde, bin ich immer am Start und, ähm, ja, bin dann immer fleißig dabei, euch neue Embleme zu kreieren, Freunde, weil, ähm, ja, Individualität im Call of Duty ist natürlich alles und da kann man sich natürlich auch so ein bisschen abgrenzen. Und, ähm, wie gesagt, Freunde, knallt mir wieder unten was in die Kommentare. Die Musik im Hintergrund, Freunde, äh, die passt auch nicht so gut, aber was sollen wir machen, ähm, ich hatte jetzt nichts anderes am Start, wahrscheinlich wäre irgendwie so ein, zwei Tracks von ihm am besten gewesen, aber, naja, was soll's, ähm, ihr seid jetzt auch nicht hier wegen der Musik, sondern wegen einem Emblem, Freunde, und das sollten wir einfach mal so im Auge behalten. Und, ähm, ja, ich hoffe, es gefällt euch und, ähm, ja, danke nochmal für den geilen Vorschlag an den Sven Schröder, äh, ich danke dir und, äh, ja, fleißig kommentieren, liken, alles gedöhnt, ihr wisst ja Bescheid, was er zu tun hat mit dem Emblem, ihr Freunde, wenn's euch gefallen hat und, ähm, ja, konstruktive Kritik auch unten reinballern. Und, äh, ja, ich bin dann erstmal raus und, ähm, ja, lasst es mich wissen, was ihr von diesem, äh, Negativ-Bild, äh, so haltet und, äh, ja, ob's euch gefällt, ob's mir gelungen ist, labba, rababa, ihr wisst ja Bescheid, äh, ich bin raus, Alter, peace, Freunde, bis zum nächsten Emblem oder Video oder sonst was, ciao, peace. Outro 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier we go! Untertitelung des ZDF, 2020 Hier we go! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.